Norddeutscher Rundfunk Ich denke, dass du vorst. Stimmen. Der Gratzug. Die Toten. Sie sind in den gleichen Hemmlingen angekommen. Und der Rosenkranz gebettet. Ich glaube, dass die Geschichten vor allem die Abendunterhaltung waren. Ja, die waren etwas schlimmer. Da gibt es nichts, da ist das schon aufkommen. Mit zettigen Augen. Wie ein Suppoteller. Und die Zunge für die Hände. Da haben sie Angst gemacht. Die Awinna trifft Personen von einer armen Seele. Und zwar vom Gratzug. Eine arme Seele einen Menschen küsst. Oder beriert. Und dann stand er da noch in der Ecke mit den Rosen. Das ist eine graue Hose. Wir haben die Hände. Und ganz freundlich lachen. Das Lachen könnte man da nicht nachvollziehen. Das Lachen könnte man da nicht nachvollziehen. Das Gefühl von absolutem Frieden. Die gehen zu Hause. Die kommen an. Das Lachen könnte man da nicht nachvollziehen. Das rheische Hände nicht nur ganz starkes kinder幅. Und das wäre ein Besuch.